Let's go! Auf Bellyfield. Zero Suits beste Stage. Ja, keine schlechte Idee. Sehr gute Wahl. Zero Suit ist enorm stark mit den... Was alles sauber. ...armor pieces. So, dann gucken wir jetzt endlich das Ding an. Ja, das ist so groß. Jetzt. Tauschal wird Marcel Pester. Siehst du besser. Oh. Nice grab. Das ist vielleicht mal ein Ring. Der Hüftensi vorne. Und die eigentlichen Spieler Hüftensi vorne. Also, Quicksilver hat auf jeden Fall schon einige Erfahrungen gegen Fox-Spieler. Er war auch in Japan. Er hat gegen viele Fox-Spieler gespielt. Warte, warte! Aber man darf auf keinen Fall so Dreck unterschätzen. Ja. Das ist 36. Was ist denn das jetzt so schön gesehen? Ah. Ich sieh so'n Zeder, der da rein zeigt. Ja. 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 Und gegen Garog. Gegen Garog. Aber das wartet noch ein bisschen dann. Zuerst spielen die anderen. Nengo! Wobbel! Kürzel! Ja, gut. Und wo haben wir das gemacht? Nein! Ja, Tye. Hast du heute gegen den Sticks gewonnen gegen Kuhi? Kannst du eins machen? Oh mein Gott! Das ist ein Upsmash, Alter! Das PM-Breaket ist riesig! Scheiße! Nö! Gleich außen! Das ist voll nicht der Millil-CF! Der Buckel-Tooling ist! Der klippert so rum! Und da kann er gar nichts machen mit dem CF! Der Buckel-Tool! Wenn ich irgendwas mache, dann muss er so rippen! Millil ist er besser, ne? Und auch der End und rippt dabei so! Voll scheiße! Du brauchst für einen knackigen Millil-CF! Ja, der macht halt Faxen! Oh, schlechte Position für Kürzel! Oh, nice! Wenn er springt, der springt einfach! Ja, egal! Nice! Oh! Okay! Nice! Oh, das war leider zu früh! Okay! Weiter sogar die... 1-0 für Sodrek! Du bist wirklich der Pimps-Layer, Junge! Der Pimps-Layer! Taillon, du musst Glückwunsch sehen! Vergenn Sie uns mal! Wir müssen die Winner-Pinale sein, Junge! Mit Mario! Haben wir so gut wie ich gewonnen! Das NRW so gut wie ich gewonnen! Nein, Mann! Dann hat Real Deal gewonnen! Ja, okay! Okay! Runde 2! Runde 2! Hä? Was geht ab? Ja! Ich stehe hier! Mann, siehst du nicht irgendein komischen Infinite auf Fox? Ja! Das ist kein Infinite! Der ist sehr stark! Der ist sehr stark! Ja, das hat sie noch kommen! Ach so! Es geht ziemlich lange, ja! Ja, das ist noch voll gut! Geht so ungefähr bis 80% mit nem Follower! Hey! Wir werden uns richtig passen! Wir werden uns richtig passen! Rotec ist draußen! Echt? Gegen wen? Gegen Desti! Wie guter bin ich jetzt? Nicht mehr Erster! Frischberg wird Zweiter! Nicht mehr Erster! Ja! Ich glaube schon! Oh! Oder eine Vergnüge hat! Scheiss! Oh! Oh! Okay! Okay! Oh! Das war knapp! Mach selbst eine Dept du! Bleib ruhig Junge! Junge! Gib ihm! Ja, zack! Ja, nice! Den Puff! Okay! Okay! Oh! Oh! Nice Pusher! Ich möchte auch muss haben, den ich nicht lange schreien! Okay! Bleib weiterhin kreativ! Geier nicht! Wow! So Dreck! Geht gerade ab! Ja! 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 Das war's! Das war sehr schön! Das war sehr schön! Das ist ein Spacey! Oh! 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 Das ist! Oh! Oh! großer Lied, großer Lied für so Dreck. Oh, nice. Okay. Quicksilver geht jetzt, glaube ich, ab. Ich habe so das Gefühl. Ja, Mann. Klatschi! Sau gut. Ja, Sakurai wollte ihn auch bestrafen. Fast. Wow, UL. Nice. Oh, nice. Wow. Wow. Wieso? Hopp-Rave weiter. Und jetzt ist es wieder even. Scheißegal. Nicht so viel nachdenken. Hau einfach drauf. Gib den Juge. Da spielt man eh viel besser. Ja, guck mal. Ja, guck mal, wie den gibt es, ey. Da, da musst du da machen. Da, bumm, zack. Und schon hat er den Lied. Das ist Serious Hult gegen Spacys. Ein Downsmash, hart. Guck mal, wie du den Lied hast, du verrückter. Oh, wow. Nichts upset. Hopp, hau hin. Lass ihn nicht reinschüchtern, um seinen Stingelstiefeln. Nice, ja. Oh, oh. Oh, Dash-Berated. Oh, nee. Fall.